Was geht habt ihr meine SeaFighter? Oh, seid ihr hier? Und Part 2 des dreijährigen Jubiläums hat nun endlich angefangen. Wir werden uns dementsprechend alle Informationen und Details ansehen, damit ihr auch für Part 2 gewappnet seid, so wie auf Part 1. Deshalb würde ich sagen, wir fangen mal chronologisch am besten an und gehen von oben nach unten. Es sind acht neue Events hinzugekommen. Das meiste ist jetzt schon online, wenn ihr das Ganze anseht, aber kommen wir gleich näher darauf zurück zu sprechen. Nämlich Login-Body Part 2 ist online. Gucken wir uns gleich näher an. Neue Missionen sind hinzugekommen. Jetzt sind quasi nun alle 33 spezielle Missionen online. Gucken wir uns genauer an. Und jetzt haben wir die Daten für die LR-Banner, wann die LR-Banner online kommen werden. Den Anfang macht Goku Black. LR Goku Black in seinem eigenen Banner kommt am 27. Juni 38 Uhr online. By the way, ihr nehmt die Zeit hier, das ist PCT-Zeit, amerikanische Zeit. Klatscht da zehn Stunden drauf, dann bekommt ihr unsere Zeit. Also hier an dem Beispiel 27.7.38. Und ja, Google gibt da eine Stunde früher raus. Wenn wir nach den Dokam-Zeiten gehen, sind das zehn Stunden. Dann bekommt ihr die deutschen Uhr-Zeiten. Fragt mich nicht, warum es anders ist. Aber nehmt es einfach rein. Es sind zehn Stunden. 38.00 geht dann quasi Goku Black online am 27.00. Am 29.00, 38.00 kommt LR Trunks online. Am 2. August, 38.00 unser Boy LR Gohan. Geht folgt von 5.8.00, 38.00 LR Brody. Und zum Schluss, 8.00, 8.00, 8.00, 8.00. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Ne, Quatsch. Um 38.00 LR Manchin, wie geht das? Da werden wir auf jeden Fall auch sammeln. Einen weiteren Video wollen wir dann auf jeden Fall. Aber dazu dann, wenn das Ganze online kommt. Nun, wenn ihr das Video hier anseht, ist das Extreme-Z-Battle vom Free-to-Play-Kit Gohan schon online. Klassisches Beispiel. Zehn Stunden Bob mit drauf. Dann kommt 8.30 Uhr raus. Und um 8.30 Uhr kommt er online. Da habt ihr dann quasi auch einen Beweis direkt. Ähm. Wir werden das Extreme-Z-Battle im heutigen Stream machen. Um 18 Uhr werde ich live gehen auf Twitch. Schaut in der Stream-Beschreibung, wann genau ich die Tage noch online gehen werde. Im Stream-Plan quasi. Was gibt es da vorab zu sagen, damit ihr schon mal informiert seid. Nämlich, es ist nicht wie die üblichen Extreme-Z-Battle, sag ich mal. Die üblichen müsst ihr bis Stage 30 machen. Damit bekommt ihr da pro Stage quasi Stones. Und habt alle Medaillen, um den Charakter Extreme-Z-Z zu erwecken. Ist bei Gohan genauso. Ihr müsst das bis Stage 30 machen. Dann bekommt ihr quasi alles, was ihr braucht, um ihn zu erwecken. Was die Medaillen angeht. Jedoch bekommen wir keine Stones. Keine Stones für seine... Von seinen Extreme-Z-Battle. Aber man bekommt bis Stage 77 bekommen wir Preise. Orbs, Grand Kais und so und so fort. Also bis Stage 77 kann man da was mitnehmen. Im Umkehrschluss ist das nicht so schwer wie die anderen Extreme-Z-Battles, sag ich mal. Aber damit ihr euch dann nicht wundert. Und man bekommt da keine... Keine Stones von der Stage. Von der Mission natürlich Logo. Von der Stage jedoch nicht. Aber bis Stage 7 Sitz bekommt ihr da Preise. Also wenn ihr das bis dahin durchhält, macht es auf jeden Fall. Die Namik-Zaga-Kategorie ist effektiv gegen das Extreme-Z-Battle. So viele Namik-Zaga-Charaktere gibt es nicht. Vor allem Gohan selbst ist eigentlich der Namik-Zaga-Leader. Aber erst nach seinem Extreme-Z-Battle bekommt er den Leader-Skill der Namik-Zaga. Also könnt ihr ihn da eigentlich nicht benutzen. Ist nicht schlimm. Ihr könnt mit einem Agile-Teamer da auf jeden Fall reingehen. Oder mit einem Super-Strength zum Beispiel. Habt ihr auch gute Chancen. Da hat sie auch ein paar Namik-Zaga-Kategorie-Charaktere. Hier noch eine kurze Sache zum Extreme-Z-Battle-Gohan. Nämlich wenn ihr den Extreme-Z-O-Bay könnt ihr ihn auf SF-15 bringen. Dafür braucht ihr keine Älter-Kai, um ihn von SF-10 auf SF-15 zu bringen. Oder Grand-Kai. Nämlich ihr holt euch aus dem Sorrent aus Stage 1 5 weitere Gohan. Bringt ihn auf SF-5. Tut ihn doch keiner wecken. Denn dann ist er ein und derselbe Charakter. Also könnt ihr den, der auf SF-5 ist, als Trainingspartner benutzen für den Extreme-Z-Battle. Damit ihr diesen auf SF-15 bringt. Wie gesagt, aber im Stream werden wir uns das genauer ansehen. Heute ab 18 Uhr. Gut. Candy Vegito Stage ist online. Ist schon online. Wenn ihr das ganze ansehen könnt, könnt ihr da. Candy Vegito euch erfahren. Könnt ihr mal reingucken, was ihr alles machen könnt. Super-Battle-World wird ab heute auch schon online daily. Jeden Tag online sein. Bis zum 13. August. Bis zum 13. August geht auch die ganze Celebration auf Part 2. Danach ist die Celebration zu Ende. Wie gesagt. Falls ihr euch wundert, was kommt nach dem 3-jährigen Jubiläum? Eigentlich Tal ist dann Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Also so. Danach eigentlich Tal ist Zeitraum September. Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Oder. Wir warten immer noch auf die 250 Mio. Strich 300 Mio. Downloads. Je nachdem bei wieviel Downloads wir sind. Das ist der Celebration. Warum spreche ich das an? Darauf warten wir schon Ewigkeiten. Weil. Nach dem 2-jährigen. Kam danach direkt das 200 Mio. Download Banner. Beziehungsweise das 200 Mio. Download Special. Mit Gogeta. Vierfall Gogeta und Omega Channel. Ist eine reine Spekulation. Ich weiß das gar nicht. Nur. War das schon. Ähm. War das schon im letzten Jahr so war. Können wir vielleicht. Darauf hoffen. Dass danach was abgeht. Mit den 250 Mio. Und 300 Mio. Download Events. Kann ich euch nicht viel zu sagen. Nur damit ihr da mal einen groben Einblick habt. Hero Extermination Plan. Die beiden Events. Die nur am Wochenende online sind. Werden ab dem 28 Juli. Da wird das Seminar halbiert für die Sages. Warum erwähne ich das. Was ist hier wichtig. Für all diejenigen die LR Bojack gezogen haben. Und sich fragen. Wann kommt das Story Event von LR Bojack wieder. Damit ich die LR Bojack Medaille farmen kann. Ihr müsst euch auf das Story Event erwarten. Denn. Die Medaillen dropping hier. Bei dem Hero Extermination Plan. Auf Stage 10. Von dem ganzen Story Event von Bojack. Also damit ihr das auf jeden Fall Bescheid wisst. Gut. Zum Schluss. Kommt noch das LR Ginyu Team. Und die LR Ginyu Mitglieder. Das ganze fängt erst ab 30 Juli. 38 Uhr morgen an. Am Montag. Nämlich. Da wird abwechselnd die Ginyu Force Mitglieder. Kann man die abwechselnd jeden Tag erfarmen. Ich habe dazu einen Guide gemacht. Ich würde euch empfehlen. Meinen Guide auf jeden Fall abzuchecken. Da bekommt ihr halt eine Information dazu. Das wird genauso gleich sein wie es in JP war. Mit der Rotation. Wie man sie erfarmen kann. Um es zusammenzufassen. Wird jeden Tag ein neuer Ginyu Force Mitglied online sein. Dort könnt ihr euch free to play komplett inhalen. Auf 100% wie der Gohan. Die Orb sind jeweils für die Charaktere. Die Charaktere droppen auf der Stage. Ihr könnt die free to play auf 100% bringen. Die Medaille droppen über die Missionen. Ist für jeden Mitglied. Sie wechseln sich jeden Tag ab unter der Woche. Das folgt unter dem normalen Rhythmus. Montag fängt es an mit Agility type Events. Dienstag Tag. Mittwoch Dienst. Donnerstag Strength. Freitag physisch. Genauso richtig. Und so wechseln sich die Charaktere ab. Am Wochenende werden zwar auch alle Stages online sein. Da könnt ihr aber nur die Orbs droppen. Und nicht die Charaktere selbst. Und wenn ihr dann das komplette Ginyu Team auf 100% habt. Bekommt ihr durch die Mission den Leader Eleginyu in Gokus Body. Um es kurz zu fassen. Aber im Guide bekommt ihr alle Informationen. Gut. Dann kommen wir zu dem Logging Boni. Wenn ihr euch einmalig einloggt. Bekommt ihr 10 Dragonstones. Das war es. Mehr auch nicht. Und ansonsten hat sich am Logging Boni selbst nichts geändert. Wir bekommen jeden Tag immer noch dasselbe. Wie auf Part 1. Geht wie gesagt bis zum 13. August. Und einmalig gibt es 10 Dragonstones. Zu den Missionen. Welche sind hinzugekommen? Wir haben die Mission eigentlich schon abgeklappert. Beziehungsweise die Daily Missionen sind gleich geblieben. Macht immer das gleiche jeden Tag. Was hinzugekommen sind folgende Missionen. Nämlich ab Mission 24. Wenn mich alles täuscht. Oder 25 sogar. Aber 24 erwähne ich einfach mal. Wenn ihr quasi gegen einen Treasure im Barbershop etwas eintauscht. Nicht gegen Barberpoints. Gegen eine andere Währung. Bekommt ihr quasi 3 Jahresmünzen. Also wenn ihr euch durch die 3 Jahresmünzen was holt. Bekommt ihr dann quasi 3 zurück. Ja. Was hinzu kam glaube ich sind aber ab hier. Nämlich wenn ihr 20 aus 33 Missionen bewältigt. Aus den ganzen Special Missionen. Bekommt ihr einen Elder Kai. Wenn ihr eine Stage in unter 3 Minuten cleart. Bekommt ihr 2 Dragonstones. Wenn ihr Sui, Dodoria und Sabon. Und Super Sabon im Extreme Sea Battle besiegt. Bekommt ihr folgende Sachen. Ja. Bis zu 3 Stones. Und Elder Kai und Shin Medaillen. Jeweils eins. Wenn ihr einen Charakter Extreme Sea überlegt. In dem Fall dann Goma. Bekommt ihr 3 Stones. Wenn ihr 30 aus den 33 ganzen Missionen hier schafft. Bekommt ihr jeweils 1 Grand Kai von jedem Tybus. Und wenn ihr alle Missionen schafft. Würde ich euch in Herzen nehmen. Kann man auf jeden Fall schaffen. Bekommt ihr 33 Stones. Schaut euch die Missionen auf jeden Fall an. Diejenigen die ich genannt habe. Sind hinzugekommen. Ansonsten wäre es das meine Freunde. Wie gesagt. Das wären alle Informationen zu Part 2. Ich hoffe ich konnte euch dementsprechend helfen. Wenn ja. Gebt ein ganzes Mal ein Like. Und vergisst euch heute Abend einzuschalten. Beim Stream auf Twitch. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal Freunde. Haut rein. Peace. Tschüss. Das war's. Ich war auf jeden Fall. Ich bin zu einem Mann-Bott sehr.